Vielleicht macht man die Beweisverlegung. Einfach das extra so und wenigstens, wie wir noch mit Höhen. Jawohl. Oder so. Schrecken wir mal. Arme nehmen wir runter und wir setzen die Fuß zurück, weit zurück zu unseren Zeichens absetzen. Wir sinken. Wir sinken noch mehr. Ja. Wir kommen nach oben. Wir können mit Windmill anbauen. Wir kommen nach vorne. Wir setzen dich anbauen. Wir kommen nach vorne. Wir kommen nach vorne. Wir kommen nach vorne. Wunderschön, wenn du dich hier schon vergisst. Danke. Danke an uns mal. Wunderschön. Bis heute Abend dann. Tschüss.